Blind im Kino, here we go! Ich natürlich schon in der Werbung mein Popcorn am Aufessen und ich muss mich jetzt erstmal vorbereiten. Dafür tue ich einen Kopfhörer ins Ohr, denn ich schaue den Film mit Audiodiskution. Auf der Greta gibt es nämlich viele neue Filme, die man zeitgleich mit dem Film abspielen kann und so habe ich immer einen kleinen Mann im Ohr. Der Film war crazy, rate mal, welcher es war.